Hallo und Willkommen zu Minecraft. Hoi, 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 hoi. Weil das so viel im Nähte eigentlich ist, also es ist der vorziehen. Der blanke vorziehen. Und wieso zieht er das jetzt nicht? Weil da oben noch was am... Oh, what? Grafit! Oh, schiz. Schiz. Ja, oh Gott, Grafit. Äh, use. Fuel rods. Reactor casing. Grafit block. Ähm, ja, nö. Wo war ich? Achso, hier, Kisten, 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 Kisten. Oh, hier sind einige Kisten falsch rum, ist ja nicht so schön. Ja, 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 ja. So. Okay. Dann werden wir jetzt als erstes mal einen Koppel umziehen lassen. Ähm... Dafür werden wir die äußerste Reihe erstmal nehmen, die jetzt hier ist. Und ganz nach hinten alles mit Koppels vollknallen. Ähm... Oh, du nicht. Oh nein, du auch nicht. Ich sollte vielleicht erstmal alles droppen hier. Äh... Halt. Wenn, dann droppen wir das gleich in die entsprechenden Kisten. Äh, 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 äh. Eisen brauche ich hier noch ein bisschen. Also droppen wir das erstmal hier. Zack. Was sagt die Müllkiste? Ne, die war ja hier, ne? Ähm... Warte mal, dann machen wir das hier, die Imager-Kiste. Da kommt ja nur Imager-Resource-Kack rein. Wie zum Beispiel das, 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 das. So. Also hier kommt ein Imager rein. So, dann machen wir eine Kiste mit Thaumcraft. Thaumcraft, das müsste alles sein. Das hier ist Energetics. Ne, das ist Ars. Das hier ist Energetics, genau. Und das auch. Das ist auch Ars. So, okay, ähm, hier machen wir Thaumcraft drin. Ähm... Ars Magica. Machen wir dann hier rein. Zack. Ähm... Applied Energetics. Machen wir dann einen daneben rein. So. Und schon haben wir hier einigermaßen Ordnung. Ja, Q... Achso, wir brauchen ja noch einen für Dartcraft. Auf jeden Fall. Ähm... Was war das? Der hier hinten. Dartcraft. Okay. Mh... So, Redstone hier hin. Das hier hin. Dann kommt... Ähm... Ähm... Das ist Schizzle. Schizzle. Schizzle-Mod. Schizzle meine Ruhr. Ähm... So. Machen wir ein Koppel hier. Yay! Klickidi-Klickidi-Klick! Wuuuuh! Äh... Äh... Kohli. Das werde ich zusammen mit Q-Craft in irgendeine Guffelkiste packen. Das auch. Das auch. Das auch. Dann haben wir doch hier schon mal alles wieder einigermaßen geordnet. Und... Osmium. Osmium. Oh, was haben wir hier? Pulver-Weiß Ferrous Ore. Das heben wir uns auf. Weil... Because... Ich weiß nicht mal... Für irgendwas brauchte man das. Ähm... So. Bobbobbobbobbobb. Haben wir jetzt irgendwo eine Guffelkiste noch nicht? So. Jetzt ist ja auch noch wieder... Oh, halt. Den müssen wir denn hier... Hirnpacken am besten. Zack, 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 zack. Oh. Na. Komm schon. Oh. Jetzt hätte ich ihn da beinahe echt reingepackt. Äh... Ah... So. Zack, zack. Dann könnte ich eigentlich auch noch hier noch runter machen. So. Zack. Machen wir den so. Zack. Machen wir den so. Machen wir den so. Passt schon. So. Bobbobbobb. Bobbobb. 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 So. Können wir mit Eisen hier rausnehmen. Können wir gleich noch Barren draus zaubern. Oh, ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Ich find's geil. Ah, herrlich. Das ist Komfort. Komfort. Komfort, Komfort, Komfort. Oh, ne, du solltest eigentlich... Ah, den können wir auch hier reinpacken. Den wollte ich eigentlich so hinmachen. So. Oh, als nächstes haben wir Zink. Zingeli, 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 Zink. Okay. Geil. Einfach nur geil, sag ich dazu. Ja, das können wir auch rausmachen. Das kommt hier auch raus. Ordnung muss sein. So. Mensch. Geil. Haben wir einen sehr guten Stunt. So, dann können wir hier die auch noch zu... Oh. Zu Blecken. Blecken? Blecken? Blecken. Blecken machen. Blecken wir mal rum hier, wa? Zack, 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 zack. Ach so, ein Lapisarmor. Was ist denn da eigentlich? Infused. Infused? Infused. With something. Ah, so, ist doch nicht schlecht. So. Fup, 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 fup. Ah, das sieht doch schon, schon, schon aus hier. So. Oh. Mensch, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Kann man die tun? Hm. Eyo. Smashings. Is typically not reversible. No shite. Enabled. Signal required low. High? Hm. Hm. Aber wenn wir das auf high stellen? Endert hier nichts. Hm. Ähm, so. Silber rein. Silber rein, Silber rein. Oh. Ganz viele Barren. Zink. Aluminum. Zink. Copper. Ah. Lead. Gold. Silver. Asmium. Guffelkacke. Und das ist bloß ein kleiner Teil an Erze, was ich hier hab. Tinkers Schmelze feuern und, äh, damit ich das quasi alles auf einen Mod krieg, weil alles, was ich mit Tinker, ähm, dann gieße, wird zu, ja, zu einem Mod-Typ und nicht 10.000 verschiedene Mods, finde ich persönlich besser als, ja, weil dann stackt wenigstens auch alles sauber. So, und da ist ja nicht so ein Coder-Welsch mit 100 verschiedenen, denselben Erzen, äh, Barren. So, zack, zack. So, Mensch. Oh, wie das hier abgeht mit dem Erz. So. Kupfer. Achso, die haben hier noch ein bisschen Kupfer gekriegt. Okay, der braucht hier noch ein bisschen. Oh. Oh, Silber kriegt man auch Blei raus. Ist ja interessant. Hm. Na gut, macht Sinn, ne, wenn es logisch, äh, logisch, wenn das in der Natur auch miteinander vorkommt, kann man sich schon vorstellen, dass man bei der Gewinnung das eine, das andere, das eine vom Mann, ah, das eine beim anderen mit rauskriegt. Hehehe, deutsche Spreche, schwere Spreche. Lecture in Good Night, die lassen wir mal hier drin. Und dann gucken wir mal fix ins Question Book. Achso, wie sag ich das nicht gebaut? Äh, 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 äh? Wrong button. So, was haben wir hier? Go with the flow. Item Ducks, achso, den hatte ich ja gemacht. Ähm, Water fluid, achso, ja, genau. Achso, den Aquinus Accumulator. Den müssen wir unbedingt bauen. Akku. Akku. Ah, da ist er. Okay, da brauchen wir... Haben wir? Okay, dann müssen wir erstmal ein Servo bauen. Glas, Redstone und... Gyron. Äh, Redstone. Glas. Eieieieiei, oh. So, ähm... Pop, 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 pop. Zack. Davon brauchen wir auch einige, also würde ich sagen... Achso, wir können gar nicht so viele bauen. Haben nicht genug Gläs. Nicht genug Gläs. Fup, fup. Ah, knallen wir mal raus hier, ne? Vier... Maschinenblock, was heißt, Tin und ein Bucket. Maschinenblock. Tin. Und den Bukit. Ähm, oh. Davon... Oh. Irgendwo hatte ich glaube ich noch einen leeren Bucket, oder? Ähm... Ja. Mhm. Zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Oh. Zack. Oh, jetzt brauche ich eben... Great. Lassen wir fix raus und wieder Sand besorgen. Bitte, warte mal. Warte, warte, warte. Oh, ich bin doch auch nass. Ah, wir haben doch Köppelsteins. Und wir haben ein Zelligerrohr. Oh, Gold. Gold. Kupfer und Gold, ja? Ist das ein Ding? Lauen wir mal kurz. So, und dann... werden wir da mal den... Oh, warte mal. Hm. 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 Ah ja, nee, ist ja gut, wenn er den Sand dann gleich hochzieht und den dann zu Glas kocht. Hm? What? Wieso? Was ist denn hier? Ach so, okay. Weil da ein Nebenprodukt rauskommt. Was kommt denn da als Nebenprodukt raus? Ach. Gravel kommt als Nebenprodukt raus. Okay. Und hier kommt Glas. Glas. Hallo? Da eins. Hm. Geil, 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 geil. Also könnte man theoretisch, ähm, wenn man, ja, noch ein anderes Sortiersystem bauen würde, eine, ähm, ja, eine Sammelchess baut und dann von der Sammelchess die Sachen zu verschiedenen, ja, ähm, auf Dröselmaschinen und Schmelze Kombinationen bringen würde. Könnte man ja eigentlich eine automatische Glasfarm bauen oder sowas. Hm? Geile Sache, geile Sache. Aber das hier reicht eigentlich für meine, ähm, Zwecke, weil ich hab eigentlich keine großen Projekte vor, wo du eh wie viel Sachen brauchst. So, das wär die Quest. Oh, wir kriegen ja auch gleich, ach nee, das ist ein, ein Item-Duct, den brauchen wir nicht, aber Fluiduct, den brauchen wir. So. Und, ähm, Questlog. Go with the flow. Fluiduct. Hm, gucken wir mal, was wir dafür brauchen, um das selber zu bauen. Flu... Fluiduct, oder? Oh, war das Opaq? Opaqü, Opaq, 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 Boah. Kupfer, Blei, Kupfer, hmmm, na ein Glück haben wir Blei, Kupfer, 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 Blei, hmmm, hmmm, oh, hmmm, 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 sorry, Hunger, hmmm, 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 yeahy, Quest erfüllt, Claim Reward, yeahy, Claim Reward, yeahy, Claim Reward, yeahy, was, oh, wie hätt's den Hammer gegeben, ah, wurscht, Covilgen, hmmm, na, so, was, was, was haben wir hier, Magma Crucible, Magma Crucible allows you to turn selected items into fluid, ja, das hatte ich schon mal ausprobiert, aber irgendwie hat's dann mit dem Umleiten nicht so wirklich funktioniert, hmmm, ich hab das gebraucht hier für, für, für den oder für den, für eins von beiden braucht man ein flüssiges, ich glaub für den hier, flüssigen Redstone und da musste man das dann halt verflüssigen und ein oder zwei konnte ich bauen und dann beim dritten hat das dann nachher nicht mehr funktioniert, das Teil aufzuladen mit flüssigen, oh, oh, äh, flüssigen Redstone, weil er das einfach nicht übernommen hat, Fluid Transposer, 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 Flu So, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, Sprenglärm wollte ich gucken. Äh, Sprinklärm. Hm. Glas, äh, Glas, Eisen, Redstone Torch und Iron- Oh, kacke. Hätte ich ja alles schon gehabt, aber ich habe die Iron Bars geschmolzen. Hm. Hm, was ist denn das? Eisen-Leader, okay. Hm. Ich glaube, das waren das drei, ne? Ja. Oh, und das sind so viel. Scheiße. Torch. Oh. Hm. Hm. Warte mal, da brauchen wir doch immer am liebsten, äh, am liebsten am besten, sorry, am besten gleich mal ein paar mehr. Hm. Hm, 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 hm. Weil die ja doch schon recht geil sind. Hä? Eieieieieiei. Hä? 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 Oh, feieieiei. Oh, feieieieiei. Oh, crunchen die da schon wieder in irgendwelchen Häusern rum, die Zombels. Ihr Pösewichter. So. Verdammt, hab ich ganz vergessen. Ich weiß gar nicht, ob man die direkt... Ähm... Ja, wir... Ei, 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 ei. Wir werden es mal ohne Tank probieren. Also in meinem alten... Auf meinem alten Map hatte ich... Map hatte ich da einen Tank drunter. Also unter so einem Sprinkler. Und der Tank wurde dann halt... Fernaufgeladen von dem... Accumulator. Oh, was ist denn das? Ei, 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 ei. Der Schlucken ist jetzt aber hartnäckig. Hm? So, jetzt räumen wir unser Inventar-Fix mal nochmal hier im Betten auf. Und dann... Und dann... Wir, wir... Wir, wir... Werden wir, ähm... Wenn... Because und If und Sen und... Äh... Werden wir uns... Äh... Werden wir uns nach... Oh, nee, warte mal, Ferus, ja. Werden wir uns nach oben be... Oh, Junge! Nach oben begeben und... Oh... 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 Konkret... Ähm... Werden wir uns noch... Alter... Nach oben begeben und dann mal die Dings machen, äh... Ah... Die Sprinkleranlage. So... Ah... Ah... Sekunde... Ah... Bis zum nächsten Mal... Bleiii...